hallo liebe freunde des gepflegten tradings und herzlich willkommen zu einem neuen video von uns heute stelle ich euch wieder mal eine geile strategie vor die ihr neben eurem job oder ganz bequem in drei verschiedenen sessions handeln könnt aber bevor wir in das video eintauchen lass auf jeden fall ein like und ein abo da damit du kein video mehr verpasst und noch eine kleine werbung in eigener sache und zwar die university von ghost trades wir haben gerade ein absolutes sale für euch und zwar ab dem dezember wird die eintrittsgebühr teurer ihr könnt jetzt noch über den ganzen oktober und november für nur 299 euro eintrittsgebühr und beitragsbefreiung bis einschließlich dem 30 november buchen sprich ihr habt einen monat beitragsfrei den link dafür findet ihr in der video beschreibung oder als angepinnten beitrag unten in den kommentaren und wir steigen jetzt ein in das modell und zwar geht es heute wieder um die silver bullet strategie aber die 2.0 von der silver bullet gibt es verschiedene ansätze und ich stelle euch heute noch mal einen zweiten vor und nächste woche sonntag den letzten den dritten ansatz so dass ihr mehrere ideen habt wie ihr so eine strategie praktisch trainen könnt ihr könnt dann auch die drei modelle also einmal dass der letzten woche dieser woche und der nächsten zusammen anschauen und euch daraus auf jeden fall euer eigenes system zusammenbauen und ja was ist die silver bullet strategie 2.0 es ist ebenfalls ein zeitbasiertes mechanisches modell das mit bestimmten 60 minuten intervallen verknüpft ist in dieser zeit wird der preis nach liquidität suchen wir werden uns dies zunutze machen nachdem wir sehen dass die struktur gebrochen wurde und die uhrzeiten in denen wir das train wollen dass es einmal in london von 10 bis 11 uhr new york am von 16 bis 17 uhr und new york pm von 20 bis 21 uhr mitteleuropäischer zeit sprich also die deutsche zeit kommen wir zum trading plan das erste was wir tun wir öffnen uns den h1 chart zu der vollen stunde vor der session das bedeutet wenn wir das in london train markieren wir uns die 9 uhr kerze weil die 9 uhr kerze öffnet ja um 9 und schließt um 10 und dort markieren wir uns das hoch und das tief der h1 candle wir warten darauf dass das hoch oder das tief der h1 candle in der session liquidiert wird danach warten wir darauf dass in der session ein markt strukturbruch mit fair value gap entsteht am liebsten siehst du dass der bruch durch ein fair value gap entsteht ja keine sorge wir schauen uns das gleich anhand von paar beispielen an fünftens limit order an das value gap welches für den bruch der struktur verantwortlich war oder an der linie des bruchs sechsten stop loss sinnvoll an einem fraktal take profit 1 zu 1,5 die siebte regel nur ein trade pro session und die achte ein bias ist hier wieder nicht nötig jedoch kannst du diesen zur weiteren bestätigung mit einbeziehen gut dann steigen wir einmal kurz in das modell ein und ich erkläre dir auf was wir dort achten und anhand von was wir entscheiden ob wir einen trade nehmen oder nicht wir starten hier mit dem ersten beispiel und als erstes schauen uns hier die h1 candle an ja stell dir jetzt vor du bist auf dem h1 chart und das hier ist jetzt zum beispiel die 9 uhr candle ja die öffnet um 9 uhr und schließt um 10 uhr ja und dort markieren uns das hoch und das tief es ist egal ob es eine bullische h1 candle oder eine bärische h1 candle ist es einfach hier nur ein beispiel ja ich wiederhole es ist egal ob es eine bullische oder eine bärische h1 candle ist so das hier was du hier siehst ist der m1 chart und ich habe mir hier einmal das hoch und das tief der h1 candle markiert so und dann startet hier die session wir warten auf die liquidierung ja und dann schauen wir wo findet der erste struktur bruch nach der liquidierung mit einem fair value gap statt und das ist hier ja hier siehst du ja die fraktale das ist die struktur das sind diese kleinen dreiecke das ist hier der fractals indikator von rachel t und von nephew sam könnt ihr auf den dreieinstellungen einstellen und ja wir sehen hier den bruch und wir hinterlassen ein mini 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 fair value gap was trotzdem valide ist ja wir steigen am fair value gap ein packen unser stop loss sinnvoll über das fraktal und targetieren hier ein 1 zu 1,5 ja mehr ist es wieder nicht es ist einfach wir warten auf die liquidierung ja auf die liquidierung der h1 candle das passiert hier danach warten wir dass ein fractal low also in die entgegengesetzte richtung der liquidierung wenn wir oben liquidieren wollen wir short wenn wir unten liquidieren wollen wir long ja und nach der liquidierung warten wir auf den ersten struktur bruch mit kerzen körper schluss unter dem fraktal und wollen sehen dass dort ein fair value gap beim bruch entstanden ist dort steigen wir dann mit einer limit order am value gap ein packen unser stop loss hier drüber unten 1 zu 1,5 hier haben wir wieder ein neues beispiel hier die h1 candle wie du siehst habe ich hier high und low der h1 candle markiert ja das ist praktisch hier der eine minute chart innerhalb der h1 candle ja somit war das hier das hoch und das hier das tief dieses preisbereich ist jetzt sehen wir wir liquidieren das hoch der candle ja der h1 candle hier so train hoch sehen kein strukturbruch kein strukturbruch kein strukturbruch ja der erste valide strukturbruch der stattfindet ist dieser hier ja warum nehmen wir diesen strukturbruch jetzt nicht sondern den hier das erkläre ich dir und zwar war dieses tief hier für das letzte hoch verantwortlich ja dieses fractal low war für das letzte fractal high verantwortlich und die beiden fraktale hier drinnen sind interne struktur das interessiert uns nicht ja erst hier ist der valide market structure break mit fair value gap wir steigen wieder am fair value gap ein stop loss sinnvoll über das fraktal und ein 1 zu 1,5 dann gehen wir mal in ein long beispiel hier wieder gleiches szenario nur dass wir hier das low markieren ja liquidieren entschuldigung wir liquidieren hier das low dieser feil ist ein bisschen falsch herum er hat er muss nach hier unten zeigen das ist mir leider jetzt also aufgefallen nichtsdestotrotz wir warten auf die liquidierung der h1 candle diesmal ist es hier unten ja das low wie gesagt ich wiederhole das hier ist der m1 chart und wir wollen uns die h1 candle markieren und das ist praktisch der interne preisbereich ja also das war das hoch und das hier das tief der h1 candle nur sieht man das hier als m1 chart so jetzt warten wir dass das low der h1 candle liquidiert wurde hier ja das sehen wir hier und danach einen bruch der struktur ja wir brechen das fraktal hier ja wir brechen das fraktal hier mit einem fair value gap steigen am fair value gap ein stop loss unten ans fraktal und 1 zu 1,5 und noch ein beispiel noch mal long szenario wieder die h1 candle und ich wiederhole mich noch mal es ist egal ob die h1 candle bullish oder bearish ist das ist egal das ist nur hier ein beispiel deswegen ist die candle hier rot ja wir haben hier das hoch des h1 charts der h1 candle und hier das tief der h1 candle ja wir traden wir kommen in die session wir liquidieren das h1 low sehen hier noch keinen strukturbruch der erste strukturbruch der findet hier statt wir kriegen einen kerzenkörperschluss über dem fraktal beim bruch haben wir ein fair value gap dort steigen wir mit einer limit order an der kante ein hier stop loss ans fraktal und wieder ein 1 zu 1,5 und das war es eigentlich schon die strategie ist super super einfach und ein bisschen übung dann läuft und da brauchst du dir überhaupt keine sorgen zu machen das verstehst du relativ schnell bevor wir nun zu den resultaten kommen gehen wir noch einmal kurz in den chart und schauen uns dieses letzte beispiel noch mal kurz an damit du auch den prozess dahinter bis zur tradesetzung verstehst so im chart angekommen siehst du hier das aufgezeigte bild und wir gehen da jetzt einmal kurz in den gesamten prozess dafür lösche ich das ganze hier mal wir gehen auf den eine stunde chart und schauen uns das ganze hier mal an ja und zwar die du hier siehst wir haben jetzt hier 19 uhr und die 19 uhr candle öffnet ja bekanntlich um 19 uhr und schließt um 20 uhr das jetzt hier das erste beispiel was für uns mal anschauen werden ja dass wir markieren uns praktisch das hoch und das tief der h1 candle zu der jeweiligen session in der wir das hier train möchten ja also praktisch von hier und dann bis einschließlich hier ja so jetzt haben wir uns hier die session markiert du siehst es hier jetzt auch ganz schön das war leider falsch wir müssen das hier rüberschieben so ja ich habe aus versehen die vertikale linie falsch gesetzt so jetzt haben wir hier in diesem kasten unsere session ja hier und hier haben wir jeweils das hoch und das tief der vorherigen h1 candle so jetzt kommen wir hier in die session rein und wir warten auf die liquidierung ja und die sehen wir nun hier ja wir liquidieren das tief der session bzw der candle ja der h1 candle die uns vorher eingezeichnet haben so jetzt warten wir darauf dass wir einen markt struktur bruch haben und was sehen wir jetzt hier wir haben hier ein valides fraktal welches wir uns schon mal markieren für den struktur bruch so jetzt sehen wir hier mit einem kerzen körper schluss den struktur bruch warten dass das fair value gap bestätigt wird das passiert hier ja so mal grün weil es ja bullisch ist jetzt steigen wir ganz trocken hier an dem fair value gap ein setzen unser stop loss an das fraktal und visieren ein 1 zu 1,5 an und das war's mehr ist es gar nicht und es ist super super easy und systematisch bevor wir den trade abspielen lassen ich zeige euch noch eben schnell die indikatoren dafür dass hier fractals rachel t und fractals nephew sam ihr könnt natürlich auch in sessions indikator noch mit einbauen und vielleicht sogar was für den trend ja da kann man sehr viel rumspielen und schauen so wir kommen hier perfekt in den trade rein ja und hinten hier den tp innerhalb von ein paar minuten und wie ihr hier seht ja lief dieser trade auch noch eine gewisse strecke wir können mal schauen bis schluss wie weit das ganze hier ging ja wir haben hier so 22 uhr da würde ich die position dann schließen wie du hier siehst ja hätten wir hier eine riesen strecke mitnehmen können ich bin aber ein freund davon schnell wieder aus dem trade raus zu sein so wie hier jetzt in 1 zu 2 ermöglichen 1 zu 3 tatsächlich auch ja wenn man das ganze im zusammenhang mit dem übergeordneten trend dann noch hinbekommt und den bayers richtig bestimmt und halt noch weitere optimierungen vornimmt kann man hier daraus definitiv was richtig richtig geiles bauen wichtig ist dass du darauf achtest dass das fraktal wirklich mit einem fair value gap gebrochen wird ja das natürlich geht das auch wenn das nicht passiert aber die wahrscheinlichkeit dass die trades dann reingehen sind geringer ja natürlich können sie reingehen es geht immer aber sie sind definitiv geringer und ansonsten ich würde auch achten immer hier schön unter das letzte fraktal mein stop loss zu setzen entry auch hier am fair value gap sehr schön ansonsten brauchst du hier nicht mehr großartig auf etwas zu achten das ist super simpel und mehr ist es eigentlich nicht hier sehen wir das auch ja wir haben hier einmal die liquidierung der 15 uhr candle gehabt ja hier unten zack short und hier ist zum beispiel ein schönes beispiel warum wir einen kerzen körperschluss sehen wollen ja wir haben hier etwas wo man diskutieren könnte wir sehen hier ein bruch ja was keiner ist wir hinterlassen auch hier kein fair value gap somit ist das hier für mich überhaupt nicht valide ja damit ihr das auch besser verfolgen könnt machen dass hier noch mal eben schnell wir haben hier die 15 uhr candle die war hier ja hier 15 uhr low und wir haben hier bis 16 uhr spielraum ja das ist der höchste punkt zwischen 15 und 16 uhr jetzt warten wir dass wir in der session also um 16 uhr hier etwas liquidieren und zwar egal welche seite gehen hier bis 17 uhr mal so ja das ist jetzt hier der montag der 30 september hier das ist jetzt hier die session ja hier ist unser hier ist unser low ja und wir liquidieren das sehen hier ein sehr 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 schön market structure shift ja so wir brechen die struktur hinterlassen auch ein mini 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 fair value gap welches wir uns hier auch markieren können ja zack so und wir steigen praktisch an der oberkante ein war schon ziemlich sportlicher stop loss aber im nest egg definitiv gar kein thema und wir visieren hier ein 1 zu 1,5 an das wäre locker easy aufgegangen hier wäre maximal ein 1,9 möglich gewesen du kannst natürlich wenn du auch ein bisschen weiter bist ja hier das zum beispiel ist ein breaker block kannst du natürlich auch in der auch deinen Stop-Loss besser anpassen und sagen, hey, ich packe hier unter meinen Breaker-Block meinen Stop-Loss. Da ist natürlich dann auch mehr drin. Für die, die noch am Anfang sind oder das noch nicht wissen, was das alles ist, die können das erstmal so handhaben, wie ich es erklärt habe. Ich habe aber auch in den anderen Videos Order-Blöcke, Breaker-Blöcke alles erklärt. Du kannst natürlich nochmal durch alle Videos durchgehen, wenn du noch nicht weißt, was ein Fraktal ist, wenn du nicht weißt, was ein Fair-Value-Gap ist, wenn du nicht weißt, was eine Struktur ist und, 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 und. Dann kannst du definitiv durch alte Videos von uns durchgehen. Da erkläre ich alles komplett systematisch und da könnt ihr euch ein super, super geiles System draus bauen. Und wir schauen uns jetzt einmal die Resultate hier an. Ja, weil wie gesagt, ich habe das Ganze hier mal eine Woche gebacktestet. Und zwar ging der Backtest von letzte Woche Freitag bis einschließlich diesen Freitag jetzt. Der war der 11. Oktober. Da hatten wir auf jeden Fall ein paar solide Ergebnisse und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Und wir schauen uns das Ganze mal an. So, kommen wir nun zu den Ergebnissen. Und zwar haben wir wieder eine Woche gebacktestet und zwar von letzter Woche Freitag bis heute, also jetzigen Freitag. Und dabei hatten wir 15 Trades, 11 Winner, 4 Loser, eine Trefferquote von 73,33%. Haben 1.888 Profit gemacht. Wir sind davon ausgegangen, dass wir hier ein 50.000er Konto simuliert haben. Mit einem Risiko von 0,3% pro Trade. Das entspricht 150 Dollar pro Trade Risiko. Und ja, wir hatten einen kleinen holprigen Start hier. Beziehungsweise das lief noch. Und dann hatten wir hier am Montag und Dienstag, Mittwoch eine kleine Losing Streak. Ja, was nicht schlimm ist und völlig normal. Danach wurden wir belohnt und es gab eine schöne Siegesserie hier in der letzten Woche. Wie du hier siehst, wir haben hier immer 1 zu 1,5 anvisiert. Ideal laut dem System hier wären 3 RR. Du kannst natürlich hier auch spielen und sagen, hey, ich nehme hier einfach mal ein 1 zu 2. Das würde dafür sorgen, dass ich auch eine etwas schlechtere Trefferquote haben darf. Und ja, das einmal dazu. Wie ihr hier seht, einmal die Statistik, wie bei der letzten Strategie auch. Und ja, ich lief gar nicht mal so schlecht. Und worauf ich noch eingehen will, ist hier die Monte Carlo Simulation. Wir haben es einfach mal gemacht mit 50% Trefferquote, 150 Dollar pro Trade, 100 Simulationen und 100 Trades pro Simulation. Und das hier ist das Wichtigste. Wir sehen hier bei einer Trefferquote von 50% im Worst Case Szenario, also das schlechteste mögliche Szenario, wäre trotzdem eine Balance von 806 Dollar Profit. Was völlig in Ordnung ist. Ja, wenn wir bedenken, dass wir durchschnittlich drei Trades am Tag haben, vielleicht auch mal nur zwei, wenn mal in einer Session was nicht ist, ist das akzeptabel. Und wir sprechen hier auch vom Worst Case Szenario. Ja, und ja, das bestmögliche Szenario wären 60.500 und somit definitiv weit über Payout in der Challenge. Ja, und wir haben hier einen Durchschnittswert, einen Durchschnittswert, ja, und da gehe ich immer gerne davon aus, dass man einfach mal den Durchschnittswert nimmt und hier die Minimal Balance, die zusammen addiert und durch 2 teilt, ja, um dort einfach mal so einen Durchschnittswert im unteren Bereich zu bekommen. Ja, da werden wir auf jeden Fall, wenn ich es jetzt mal kurz im Kopf überschlagen muss, wären wir ungefähr bei, ja, 50 plus 55.000, ungefähr bei 53.000, ja, also 53.000 Durchschnittsballons wärst du ebenfalls definitiv im Payout, ja. Und ich finde, das kann sich sehen lassen und dafür, dass es so eine einfache Strategie ist, ohne eine Biasbestimmung, ohne alles, kann man damit auf jeden Fall arbeiten, aber wie bei allen Strategien, es ist nicht einfach nur ein A plus B gleich C, man muss ein bisschen ein Gefühl für eine Strategie bekommen, man muss das Ganze auch backtesten, man muss sehr viel Research betreiben, damit man das auch maßgeschneidert auf sein Trading zusammenbaut, ja. Und ja, wie ihr hier seht, kann man damit definitiv arbeiten. Dann danke ich dir bis hierhin fürs Zuhören. Ich hoffe, die Strategie hat dir gefallen und vor allem einen Mehrwert geliefert und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!